hallo meine lieben herzlich willkommen zum wochenorakel für die woche vom 30 september bis zum 6. oktober ja wir starten in die neue woche auch in einen neuen monat hinein und da wird es noch mal sehr spannend weil wir haben ja am 2. oktober den neuen mond in der waage wir haben im 3. oktober noch mal portal tag und im oktober da kommen ganz viele auf uns zu ich würde mal sagen das wird hier schon mal die erste woche sehr spannend ja und da schauen wir doch gleich mal rein ja 2. oktober die waage sehr harmonie süchtig ja möchte harmonie haben aber dann wird es wieder spannend dann also schauen wir mal dafür haben wir den portal tag mit der energie ja wir schauen was uns hier die karten mitteilen möchten was wichtig ist was angeschaut gehört schauen wir einfach mal es geht hier um es geht hier um alte themen die noch mal vielleicht hochkommen noch mal bearbeitet werden müssen wo man vielleicht noch mal agiert es kam aber auch vielleicht aus der vergangenheit noch mal botschaften auf dich zu vielleicht kannst du auch die vergangenheit nutzen indem du diese neuen möglichkeiten mit der vergangenheit verbindest auch das zeigt sich hier es kann natürlich auch hier sein dass hier ein herr auf dich zukommt groß stark ja wie ein bär vielleicht auch braunhaare katze grauhaare bei jedem wird unterschiedlich sein hier kommt natürlich auch hier jemand vielleicht in bewegung auf dich zu ja weil hier zeigen sich auch möglichkeiten in punkto partnerschaft ja also sehr interessant könnte natürlich auch der bär hier ein chef sein der hier positive botschaften für dich bringt weiter reiter bringt der positive botschaften ja in kürze ja ein fundament haben wir das zeigt sich ja auch ein fundament der hoffnung ein fundament ich möchte sagen der leichtigkeit ja also sehr schön und hier auch die fische hier kommt auch themen auf dich zu was die finanzen betrifft ja vielleicht ein fundament ein finanzielles fundament das sich kräftig dass die stärkt auch das könnte hier möglich sein dann haben wir hier gelder der familie hier haben wir auch im häuslichen bereich harmonie wunderbar vielleicht auch ein fundament der harmonie vielleicht bist jetzt in einer goldene mitte angekommen ja lässt es fließen ich würde sagen wunderbare möglichkeiten in diesem monat dann haben wir hier auch noch mal freundschaften fürs leben die sehr harmonisch sein werden können ja auch das zeigt sich ja mit sicherheit werden hier unklarheiten gelöst werden ja das ist ja wunderbar wenn im außen noch schwierigkeiten sind also wie gesagt mit sicherheit wird man hier eine lösung finden auch im außen sei offen für lösungen für diese gestalterische möglichkeiten also du kannst hier etwas vielleicht lösen etwas mehr sicherheit reinbringen ja und dann zeigt sich hier natürlich auch noch mal der reiter ja der liegt hier im stillstand er schaut hier rein in den park er möchte quasi im außen in bewegung kommen lösungen anbieten liegt hier aber noch quasi im stillstand vielleicht ist auch hier schon bereit eine transformation statt zu finden ja dass hier wirklich etwas in bewegung kommt was die vergangenen themen betrifft was hier etwas auf die zukunft was hilft abzuschließen auch das kann hier möglich sein es ist auf alle fälle der reiter immer wieder positive botschaften ja vielleicht ist es hier wirklich botschaften die die helfen die vergangenheit endgültig abzuschließen kann aber auch sehr viele möglichkeiten dir noch erschließen ja die der kraft und stärke geben werden dann haben wir hier natürlich auch noch mal schwankungen vielleicht ja betrifft vielleicht noch mal die vergangenheit da davon aber jetzt kreativ sein ja auch gefühlsmäßig ja gibt es vielleicht noch alte gefühle irgendwo wo noch bewegung reinkommen darf auch das zeigt sich hier ja da davon wirklich kreativ sein das ist wirklich interessant vielleicht hat der ein oder andere auch noch mal ja alte ja dass hier noch mal alte gefühle hochkommen kann natürlich auch sein alte sehnsüchte wo man noch mal ins schwanken kommt wo noch mal hingeschaut gehört auch das kann in dieser woche sein ja man kommt ja auf alle fälle unerwartet unerwartet weiter würde ich sagen ja kummer sorgen man möchte einiges klären ja kann jetzt der finanz themen sein wo man vielleicht finanzielle schwierigkeiten hat kann die familie betreffen kann aber auch das finanzielle fundament betreffen kann aber auch sein dass man hier einfach sorgen wie geht es denn weiter ja es werden sicher auf alle fälle lösungen anbieten das finde ich schon mal ganz herrlich dass wir lösungen quasi angeboten bekommen finde ich wunderbar und jetzt schauen wir auch noch mal direkt ja ja da zeigt sich schwierigkeiten die kummer bereiten ja man hat sehnsüchte wieder nach dem alten weil das was man hier vielleicht vorfindet im hier und jetzt da ist man vielleicht nicht so einverstanden man sehen sich nach der vergangenheit wo es alles so toll und rosig war war es wirklich immer alles so rosig ja sollte man hinterfragen wenn man wird jetzt wirklich dazu quasi aufgefordert vergangenheit endgültig abzulösen und sich hier im hier und jetzt zu beschäftigen bzw zu akzeptieren was im hier und jetzt ist und hier das beste daraus zu machen ja also hier in die heilung zu gehen in den kummer heilen ja ob das familiär ist ob das eine person eine weibliche oder männliche betrifft das freundschaften betrifft ja hier geht es darum voranzukommen hier geht es zu klären ja was bereitet mir gerade im moment mit schwierigkeiten ja wo kann ich hier kreativ ja intuitiv auch ja auch intuitiv kreativ sein wo kann ich ja bestimmte schwankungen wieder in die harmonie bringen ja in ein ausgleich bringen wo sollte ich vielleicht ein wenig sensibler sein wenn es hier um bestimmte schwierigen themen geht auch das zeigt sich hier unerwartet ein neubeginn ja wir haben ja auch den neumund im leben ja wenn hier im leben noch etwas nicht so läuft unerwartet zeigt sich hier mit sicherheit eine lösung an dem leben ja auch freundschaften fürs leben mit sicherheit können unerwartet neu auf dich zukommen finde ich herrlich dann haben wir ein altes kapitel im leben wie gesagt da hat man vielleicht nochmal sehnsucht nach diesen alten themen man verschönert es vielleicht auch manchmal und hier geht es darum auch hier dieses kapitel abzuschließen ja oder sich hier nochmal etwas zu eröffnen um im hier und jetzt daraus zu profitieren ja weiter zu kommen zu profitieren ja das würde ich auch sagen dann haben wir in kürzen natürlich hier auch nochmal klarheit ja wir haben auch die spiritualität ja hier auch nochmal aber auch klarheit über die vergangenheit klar man weiß jetzt vielleicht auch wie soll man vorangehen früher war man vielleicht überrascht ja und jetzt weiß man ja wie gehe ich jetzt am besten voran ja wie nütze ich jetzt diese glücksphase ja auch mit meinen begabungen ja dann haben wir glückliche veränderung in kürze ja wohl auch im gefühlsbereich diese schwankungen werden hier haben wir einladungen vielleicht überraschend eine reise vielleicht eine einladung zu einer reise vielleicht aber auch überraschung die jetzt vielleicht noch verborgen sind ja das zeigt sich ja auch da kommen wirklich überraschungen auf einen zu auf die man sich aber freuen darf da darf man wirklich optimistisch sein aber auch überraschend vielleicht freundschaften treffen kann es sein dass man hier vielleicht überraschend von einem freund eine einladung erhält auch das zeigt sich hier und hier kommen überraschend wirklich ich möchte sagen positive veränderungen rein ja vielleicht durch einen anruf vielleicht erhältst du einen anruf ja von einem freund der familie wo du wirklich eingeladen ist wo positive veränderungen stattfinden können aber auch behörden ämter da kommen hier positive veränderungen bleiben bei einigen kann es wirklich eine veränderung fürs leben sein ja auch hier verträge im außen wer erwartet denn verträge hier also verträge die ja also hier zeigen sich verträge über die veränderungen bringen überraschenderweise richtung glück glückliche veränderungen ja unerwartet und überraschend wunderbar die die heilung bringen die dir wieder frieden bringen sehr schön manche verbindungen sind hier noch blockiert sieht man auch aber ich sehe hier schon veränderungen auch was verträge betrifft falsche verbindungen sehe ich hier da wird man entscheidungen treffen ja vielleicht ist jetzt noch der falsche zeitpunkt für diese veränderung was hier bestimmte verbindungen betrifft wo es nicht so läuft vielleicht ist man hier noch nicht so weit entscheidungen zu treffen aber es wird kommen also hier wird man wirklich entscheidungen treffen wo soll es denn hingehen ja also man ist auch ein bisschen vorsichtig dass man keine falsche entscheidung trifft weil ja das bereitet ein bisschen sorgen ja wenn ich jetzt diese entscheidung trifft ist es dann richtig oder falsch gibt es richtig oder falsch hör auf dein gefühl ja dann haben wir hier auch noch mal im herzensbereich da verabschiedet sich der fuchs also da passiert nichts negatives mehr im gegenteil ja hier kann noch mal eine liebe im außen auf dich zukommen in kürze die noch nicht spruchreif ist die du noch nicht kennst überraschend herzliche einladung ja vielleicht mit einer reise verbunden die noch nicht bekannt ist kann natürlich sein du selbst liegst hier in der liebe in der selbstliebe finde ich wunderbar das glück korrespondiert schon mit dir vielleicht auch das liebesglück hier in kürze ja also sei ich möchte sagen offen dafür sei sensibel dafür sei empfänglich für die liebe jawohl ich finde es herrlich dann haben wir hier noch mal wie wir sehen können auch hier zeigen sich entscheidungen was verbindungen betrifft können alte verbindungen sein oder verbindungen wo es einfach nicht so lief wo jetzt vielleicht aber auch blockiert sind wo du einfach momentan vielleicht gar keinen kontakt hast und unerwartet kommt hier wieder jemand rein aus deiner vergangenheit vielleicht jetzt zeigt sich auch ein neubeginn ein glücklicher neuer beginn eine neue entscheidung neuer weg ist noch nicht spruchreif aber er wird ja überraschend jetzt erst öffnet vielleicht eine neue liebe auf alle fälle zeigen sich hier neue möglichkeiten neue veränderungen neue veränderungen die heilung bringen die ja die dir ich möchte schon sagen treu und verlässlich dann sind zur seite stehen solche verbindungen solche möglichkeiten kommen hier dann haben wir hier auch noch mal im spirituellen bereich klarheit also ich sehe bis zum herbst oder im herbst zwischen herbst und frühjahr sehe ich auf alle fälle positive neue veränderungen auf dich zukommen auch was verträge betrifft ja sehr schön klarheit in punkte verträgen ja unerwartet mit sicherheit kommt hier ein vertrag auf dich zu der wirklich sehr positiv ist kann ein arbeitsvertrag sein hier haben wir den arbeitsvertrag über umwege der der im winter vielleicht hier haben wir den winter harmonie bringt also hier wunderbar kann natürlich auch hier dein gegenüber betrifft ja aber ich sehe hier wirklich arbeitsverträge es wird sich klären bei dir liegen noch ein bisschen unklarheiten aber es wird sich klären was die verträge betrifft wo dir jetzt vielleicht noch ein bisschen kummer bereitet kann natürlich haus wohnbereich ein fundament betreffen ein finanzielles fundament vielleicht diese unklarheiten werden sich auflösen ja man ist ja auch vorsichtig man wird ja vorsichtig agieren ja ist auch gut so aber hier dieser stillstand der wird nicht mehr lange halten sehe ich hier die nächsten acht bis zwölf wochen und dann sehe ich hier wird sich hier etwas lösen ja die dunklen wolken werden beendet werden es kommt klarheit rein ja es kommt eine positive veränderung wunderbar behörden amt themen behörden themen ämter alles ja ja wer hier sage ich mal auch im außen noch mal themen hat gesundheitsthemen gesundheitsamt zum beispiel hier zeigt sich auch eine beendigung wenn hier etwas unklar ist behörden ämter neustart auch von außen überraschenderweise da kann sich einiges tun kann auch konzerne konzerne betreffen also da kommt einiges wird hier beendet und einiges wird hier sage ich mal sich zeigen überraschenderweise wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat dass sich mal etwas ins positive zeigt ja weil er hier diese dunklen wolken möchten sich verabschieden vielleicht auch hier im außen ja die republik betreffen dass man hier etwas neues vielleicht erhält ja manchmal kann das schon passieren ja weil im außen läuft ja auch nicht gerade so rund oder im großen außen dann hier nochmal gespräche weil da liegt der turm liegt hier wirklich im glück glückliche gespräche klärende gespräche wo man dann wirklich entscheidungen treffen kann herzliche gespräche mit freunden fürs leben zeigen sich hier dann haben wir hier natürlich auch noch blockaden die werden aber gelöst werden können nochmal blockaden sein die wirklich ein bisschen tiefer sitzen aber ich sehe hier den mäusenagen schon ja man löst sich von bestimmten themen von bestimmten ich möchte schon sagen gewissen ängsten ja vielleicht auch von verlustängsten man hat vielleicht aber auch hier die verlustängste was das materielle betrifft das fundament das man hier hat ja da hat man gewisse ängste etwas zu verlieren auch das zeigt sich hier blockaden kann man auf alle fälle lösen hier liegt dein gegenüber auch zeigt natürlich hier auch ja beruflich vielleicht lernst du hier jemanden kennen oder du hast ja einen kollegen der wirklich sehr positiv ist dir gegenüber eingestellt auch das zeigt sich hier der hier schicksalhaft sage ich zur seite steht auch das kann sein muss ja nicht immer gleich ein partner sein es kann auch ein her sein der hier wirklich zur seite steht im beruflichen bereich als freund schicksalhaft der hier hilft bei lösungen zu finden ein karma vielleicht auch zu beenden vielleicht habt ihr gemeinsam ein karma das beendet werden darf wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt auch das zeigt sich hier jetzt möchte ich natürlich auch noch ein segen der engelchen dazu legen schauen wir mal was ich dir zeige zeigen sich gleich zwei engel der liebevollen führung liebevolle engel beschützen und leiten dich ist das herrlich eine tolle woche ist engel der leichtigkeit entscheide dich für die leichtigkeit denn mit ihr gelingt dir alles besser ja wir haben das hier du hast es auch liegt schon über dir leicht in der leichtigkeit aktiv werden ja das liegt ja das klärt einiges da liegt auch das kleine glück schon ja was zum großen glück führen könnte ja würde ich sagen tolle botschaften oder möchte hier noch jemand ein erzengelchen ich würde sagen wir nehmen hier noch eins dazu dazu ok erzähle jeremiel lerne aus deinen herausforderungen entspann dich und vertraue aus der vergangenheit kannst du jetzt vielleicht mit einbeziehen und wer hier noch eine entscheidung hat wir nehmen das entscheidungsoragel dazu vielleicht ist es wichtig für einige eventuell interessant also ich wünsche euch eine herrliche woche eine entspannte woche mit vielen glücksmomenten vielen positiven überraschungen und ich wünsche euch einfach alles liebe alles gute namaste tschüss 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 tschüss